Madison Chock, Evan Bates. Madison Chock, Evan Bates 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 Und da ging's auch schon ganz schön flott hier los bei der Nebel und Trophäe. Das Thema, das haben wir nämlich noch gar nicht genannt, das Thema des diesjährigen Originaltanzes, also Shortdances ist Blues und dann entweder Swing oder Hip-Hop. Und ich würde sagen, das war Hip-Hop. Ich fand, das ging schon gleich ganz schön rockig hier los am Anfang. Und was mir besonders gut gefallen hat bei den Zweien ist eigentlich die Schlichtheit des Kostüms, das Schwarze auf dem Weiß ganz einfach gehalten und damit wirklich die Betonung ganz klar aufs Eislaufen gelegt und nicht auf irgendwelchen großen Zirkus, den man noch machen könnte. Und das war eigentlich was, was mich sehr positiv überrascht hat. Und ich fand besonders schön die Choreografie von den beiden. Also das war wirklich vom kleinsten Teil geplant und allein schon die Twizzles, die aus dem Movement raus waren, war genial. Und dann noch so einen tollen Twizzle hinzulegen war schon bemerkenswert. Dominik, schon gleich hin und weg hier. Wir müssen dazu sagen, das waren gerade die Nummer eins, die Nummer eins der aktuellen Weltrangliste. Und dass es da natürlich wenig zu meckern gibt, das sollte natürlich jedem klar sein. Aber auch wenn ich mir jetzt ein bisschen Kritik erlauben darf, für mich war es heute ein bisschen langsamer, muss ich gestehen. Also man kennt die beiden eigentlich schneller. Ich könnte mir vorstellen, das liegt daran, dass wir noch zu Beginn der Saison sind, wo man auch noch nicht so viel Routine hat. Aber ich glaube, wenn wir jetzt in einigen Monaten die beiden bei der Welt oder bei den Vorkontinent-Meisterschaften sehen werden, dann wird da noch einiges auch an Schwung und Präzität hinzukommen. Aber man muss auch sagen, um mir mal so ein bisschen das Positive zu sehen, dafür waren sie einfach total synchron. Also wenn man sich den Midline-Step nochmal anguckt, den wir gerade nochmal in der Zeitlupe gesehen haben, der war schon Spiegelbild. Sie erhalten 70,78 Punkte. Sie erhalten a total of 70.78 points. Thank you. Thank you.